Guten Abend, herzlich willkommen zum Magazin am Dienstag. Kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Schimpfwörter. Dorothee und Max haben nicht etwa WM-Verbot, sondern sind bei den strengsten Eltern der Welt gelandet. Und hier heißt es, Toiletten putzen statt feiern. Vorher geht's in den Urlaub. Mitten in der Fußball-WM-Euphorie locken die Veranstalter mit super Reise-Sonderangeboten. Aber was bekommt man da für sein Geld? Unser Schnäppchen-Check auf Mallorca. Dorothee und Max sind 17 und gehen ihrer Umgebung ziemlich auf die Nerven. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Mütter ziehen die Notbremse, die Teenies müssen lernen, hart zu arbeiten. Und zwar fernab von zu Hause bei den strengsten Eltern der Welt. Und gleich vorspielen wir super Zoom. Verraten Sie uns heute, was ist denn das hier? Das wissen Sie, ich bin mir ganz sicher. Hier unten sehen Sie die Telefonnummern, rufen Sie ganz schnell an. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es funktioniert. Und das, das könnte Ihr Preis sein. Willkommen zurück zum Magazin am Dienstag. Mit Menschen, die offenbar zu viel Geld und beste Nerven haben. Oder einen Knall. Entscheiden Sie selbst. Unser Posteingang. Ich freue mich drauf. Bis morgen, 19 Uhr, dann bin ich wieder für Sie da. Bis dahin einen fantastischen und einen sonnigen Feierabend. Jetzt mit einer neuen Folge KF. Tschüss. 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 Vielen Dank.